Dies ist eine Videoantwort auf LeFloids Video Filme ... Was wenn alles anders wäre. Was wäre wenn... Rambo Was wäre wenn... Harry Potter Was wäre wenn... Sweeney Todd Ah, wie ich der Turpin. Der Büttel sagte mir, ihr werdet ein Meister eures Faches. Was wäre wenn... König der Löwen Simba, du hast deinen Vater umgebracht. Was? Ich werde mich umbringen. Was wäre wenn... Eragon Boah, das ist die schlechteste Verfilmung, die ich je erlebt habe. Was wäre wenn... Tintenherz Boah, das ist die schlechteste Verfilmung, die ich je erlebt habe. Was wäre wenn... Spaceballs Und Glückskeks? Wer braucht denn sowas? Was wäre wenn... Traumschiff Surprise Entschuldigung, Captain, aber es fahren derzeit keine Toxis zur Erde. Was wäre wenn... Spider-Man Hey Leute Ich bin nun eine halbe Spinne Hier Ich kann sogar wieder sehen Du bist vielleicht ein Vollspinner, aber mehr auch nicht Mach dich einfach vom Acker Wir wollen dich hier nicht haben Verpiss dich Los Hau ab Wird's bald Vielen Dank fürs Anschauen Ich bin nun einig... Wie ha위�ips Anne Ich bin nun einig... Wahnsinn